Moins und Leute und herzlich willkommen zu The Walking Dead. Einem Steam-Spiel, das ich noch rumfliegen habe und noch nie gespielt habe. Und äh, ja. Ich wollte es haben und jetzt spiele ich es hier und... DERR! Ich wollte eigentlich Apes Exodus spielen, ich weiß. Aber, Apes Exodus hatte den Nachteil, dass es mit einer Geschwindigkeit gedownloadet hat, die ich nicht tolerieren konnte, da ich jetzt aufnehmen wollte. Und jetzt nehme ich The Walking Dead auf. Und erst dabei Erdnücher. Uuuuhh! Spiel! Obwohl erstmal in die Option angucken. Was haben wir denn hier? Hm, Audio. Ich schenke mal direkt was runter. Ich kann Lust mich hier anbrüllen zu lassen, ich könnte mal den zweiten Kopfhörer in das Ohr packen. So. Dann Gameplay. Untertitel, ein Wahlmöglichkeiten, ein Handlungsbenachrichtigungen, ein Controller-Tasten. Keine Ahnung, man kann das Ganze mit dem Controller spielen. Wenn der Controller drin wäre, vergessen wir das. Grafiksteuerung, okay, passt schon. Go! Auf dem Speicherplatz. Spielen. Wähl eine Anzeige-Modus aus. Standard, mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche. Mhm, mhm, mhm. Deaktiviere Tippshilfe. Okay. Standard. Ein neuer Tag-Spiel. Ein neuer Tag-Spiel. Let's see how it goes. Diese Spielreise passt sich von den dir getroffenen... Ein neuer Tag. Comic-Grafik, okay. Ist ja grundlegend erstmal nicht schlecht sein. Cooler Zeichen-Stil, muss man sagen. Well, I reckon you didn't do it then. Äh, achso, mit den, mit den Zahlen-Tasten, okay. Warum sagst du das? Du weißt man, was, äh, was man so über die, spielt das wirklich eine Rolle, äh, treu. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say yep, I know you didn't. So, schlag die Scheibe ein, nimm die Schrotflint und boah dem Kerl die Rübel weg. Von einem Tier, natürlich. Spiegel. I followed your case a little bit. You being a Maconboy and all. Äh, was war so eine Meinung, was meinst du? You're from Macon, Ben. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame that is. You police officer. You know, the whole family used to be regular at your folks' drugstore riding downtown. Still there? Sure is. Good. You advise the medical person Alan Root to Hart's GO period 10 to 20 coming in. Jawohl. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Go number six year. Okay, wie sind die Leute Lehrer? You want to know, how I see it? I got much choice? Sure don't. Gute Antwort. All officers are available for incoming 217. Rolling calls and dispatches to all locations. Meow. Okay, was geht ab? Holy moly. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. He doesn't look like this right now. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... He can't drive. He can't drive. He can't drive. Screenshots from a black screen. He can't drive. Would you please open your eyes? Please make my surprise. Come back. Yes. Okay. Ouh. Shit. That's what I'm saying. Angst. Ah! Verdammt! Mein Knochen! Ich kann nicht mehr tun. Die Scheibe! Tritt die Scheibe ein! Nochmal! Ah Junge, was kannst du eigentlich? Tritt die Scheibe ein, danke. So. Ich muss mich selbst aus dem Fenster ziehen. Achso. Wieso kann ich das wechseln? Oh! Pog! Genius! Oh, ist eine ganz schöne Ecke runtergefallen. Fallen. Ich kann echt nicht mehr reden. Oh! Der hat gesessen. Okay. Das ist ziemlich cool gemacht. Der Verletzung und allem. Ich hätte gerne die Waffe. Ich würde die Waffe haben. Hör auf doch! Nimm das Gewehr, Mann! Nimm das Gewehr. Nimm das Gewehr. Danke! Sieht weg. Es wird leichter, mit diesen Gewehren zu tragen. Ja, hm. Dann kriegt man die Handschellen los. Was haben wir denn da? Gewehrpatrone. Mit. Zu jammern und steckt doch Dinge in die Tasche. Danke. So. Gewehr. Das stelle dich nicht so an. Danke. Ja, das weiß ich. Junge! Okay, wie öffnet man das Inventar? Eh? Zufällig? Nein? Schade. Ähm. Kann ich das... Kann ich das nehmen? Inventar? Inventar? Okay, gucken wir uns erst mit dem Typ an. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Okay. Geh mal dahin. Ich krieg mir bestimmt nur eine andere Option. Aufmerksamkeit. Oder nicht. Okay. Ähm. Kann man die Kamera drehen, bitte? Irgendwie. Jetzt würde ich gerne die Patronen aus dem Inventar nutzen, aber irgendwie tut er das nicht. Hä? Ja, ohne die Handschellen kann man es leichter tragen. Den Handschellen-Schlüssel hat doch bestimmt er. Kannst mir nicht erzählen. Oder der ist vorne im Wagen. Ah, sah ich ja. Okay. Ja, du sollst den schon da reinpacken. Shit. Genius! Oh. Ist er etwa einen? Nein. Gut. Mach das Ding auf. Dankeschön. Hat er gerade gezuckt? Das ist nicht. Er lebt tatsächlich noch. Oh. Ah. Er lebt noch so halb. Kann ich ihn irgendwie treten oder so? Nein. Mann. Ich kenn das Gewehr. Nimm das Gewehr. Nimm das Gewehr. Nimm das Gewehr. Nimm das Gewehr, Mann. Dankeschön. Mann. Was kannst du eigentlich? Pack das da rein. Feuer. Headshot. Tschüss. keine liebe den zombies vom regen in die traufe ich habe einen kerl erschossen er stinkt nach scheiße weil er verwest ist glückwunsch so darf ich mich also er hat nur noch einen halben kopf natürlich ist er tot kann ich mich irgendwie bewegen hallo hallo jetzt kann ich noch nicht mehr anschauen okay was genau muss ich jetzt tun hallo hallo sich irgendwie in punk grad nicht oder so da hinten hallo es gab eine schießerei um nicht zu sagen ich habe den kerl erschossen da man nicht noch mehr kommen von wo da Hoh Zombies Ja komm stelle ich nicht an tu Lappen haha jetzt lauf oh der ist vieles tot danke kann doch nicht ständig hin man Okay. Er hat es über den Zorn geschafft. Wenn Zombies total motorisch unbegabt sind, könnt ihr nicht klettern. Ich muss diese Erdnuss essen. Vollkommen unauffällig. Wer macht denn das da? Ich fülle einen von diesen Teacaps mit ein bisschen Bourbon, wenn ich könnte. Ja gut. Keine Strecke. Ich werde da nicht auf jeden Fall kommen. Das ist wie es ist. Das stimmt. Allerdings sind da zwei Stufen. Theoretisch könntest du da auf den Ast, dann den Ast hoch und dann schrei halt rum. Du hast doch gerade gemerkt, dass die auf Geräusche reagieren. Warum schreist du jetzt? Lappen. Ohne Treppe. Schaffst du das? Dein Bein? Erstmal noch hier draußen müssen umgucken. Naja durchs Tor will ich nicht. Gehen wir mal da rein. Oder klopfen zumindest mal oder so. Tup 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 tup. Hallo? Guck doch durch. Das ist eine Glastür, man. Geh halt rein. Ist jemand nach Hause? Ich brauche ein bisschen Hilfe. Kommt rein. Nicht schreien, okay? BAMTOL. Spiel vorbei. Hallo? Ich bin kein Intruder. Mensch. Ich bin ein von ihnen. Diese Menschen brauchen mehr Hilfe als ich. Okay. Fruchtschale. Wie sehen denn die Früchte aus? Sind die schon vergammelt oder? Es ist nicht. Okay. Blutlache. Oh, Jesus. Das sieht nach... Kinderspuren aus, die da weg... Führen? Was war das? Da, Anrufbeantworter. 3 neue Messungen. Message 1. Leicht um 5.43 Uhr. Hey Sandra, das ist Diana. Wir sind noch in Savannah. Er hat ein bisschen S traveled aus. Es hat ein bist du in Therein. Schreien kann er Insurance aus. Wie können Sie es kommen dasselbe coastig vor? Er hat ihn sogar zurück zum E.R. und diese輕F guide hat ihn zum E. R вещи ab fleedt zu. U submit sie durchsis ernst, All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, lift at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Ah. Tasha. Ehm. Tasta. Meant. Oh. Key. ERT. Fassbarer Lappen. No. Nochmal ins Gesicht. Komm. Bam. Voll aufs Maul. Oh, er hat einen Hammer. No. Hau mal einen rein. Äh. Tastenfindung. No. In den Hammer. Auf die Fresse. Komm schon. Und nochmal. Und nochmal. Und um sicher zu gehen, noch einen dritten. Jawohl. Nein, jawohl. So. Jetzt ist Ruhe hier. Ich glaube, die ist tot. Ja. Ich denke, die ist tot. Gut, dass das Spiel nicht irgendwie brutal ist. Nee, nee. Ich glaube, die ist tot. Ich glaube, sie war ein Mönster. Ich glaube so auch. Du hast alles selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Ich denke, das könnte ein bisschen Zeit sein. Du weißt, du? Oh. Schau, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich schaue dich bis dahin. Was soll ich jetzt tun? Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Wir müssen Hilfe finden, bevor es darken wird. Ja, es ist nicht sicher am Abend. Lass uns gehen. Bleib dicht. Irgendeine Waffe. Es hat schon zwei von den getöten müssen. Gar nicht mal so klug, der Kerl. Na, egal. Aber wer würde in so einer Situation schon anders handeln? Außerdem legt er sich dauernd auf die Fresse, was auch nicht so geil ist. Aber naja. Uh, da sind hier Leute. Da sind Leute. Man. Das tut mir leid. Oh, es ist kalt, Dich. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir denen ja irgendwie helfen. Was ist das Problem? Ich soll, dass ich bleiben muss? Was? Ich will nicht in der Trierhaus heute Nacht schlafen, aber ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Das ist nicht. Dann gehen wir Zombies jagen. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Hey, Mann. Holy shit. Don't eat us. We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Do you know what the hell this is? I have no idea. I have no idea. So you've seen them then? You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... 5-2-4-0. Lee quick let's go. What are we doing here? For just some guy, it seems like you've saved a bunch of lives today. Ah, irgendein Typ kann halt auch gut sein, ne? Muss ja nicht irgendein Spacken sein. Wobei die Rate von irgendein Spacken zu irgendein Typ doch relativ groß ist. Jetzt fahr du bitte nur nicht auch noch in den Graben. Das wäre jetzt nicht so geil. Huh. Ein anderes Auto. Und ein kleines Haus. Ein Bauernhof. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Sollst du dir mal was frisches anziehen, man? Du stinkst! Hä. Thank God, you're okay. Hm. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothin' new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, that's also what. Oh, yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Ich glaube, ihm kann ich vertrauen, von daher nenne ich ihm meinen Namen. How'd this happen? Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Nobody. Is that so? Yeah. It is. You said we. That's all. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. I didn't get your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got to reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. I wouldn't worry too much. We're pretty far from the city. Seems like that's where it's the worst. Yeah. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores, as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really? I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. Du hast eine Bandage drum gemacht. GG. Genau. We'll clean it, redress it and you'll be fine. Okay. That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. Ich sag jetzt nicht so viel, weil ich die Dialoge nicht unterbrechen will, ne? Also, nicht wundern. Es riecht wie... Ich weiß, was es riecht wie. Duty. Ich vermisse meine Mutter und Vater. Ich vermisse, Clem. Wie weit ist Savannah? Sehr weit. Oh, okay. Ich vermisse meine Mutter. Oh, okay. Willkommen zuerst. Bewegt sich langsam, fliegt dauernd auf die Fresse ... Und hat auch nealpträume. Ja, GG. Ich lebt mich. Well you slept in a barn little lady lucky you don't have spiders in your hair but I bet your daddy scared them all away huh I'm not her dad names Lee I'm Kenny Dad we're in a little fence there's a tractor and everything we've been going we won't hear the end of it that's my boy Ken jr. to call him duck though duck yeah nothing bothers him like water off a duck's back you know that's a valuable treat lately no kidding but frankly I think it's because he's dumb as a bag of hammers he makes up for it with enthusiasm the word is you were on your way to Macon well family's from there well Macon's on the way and personally I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to sure we'll tag along it's a plan then honey duck this is Lee and uh what's the girl's name Clementine Clementine that is a very pretty name thanks well we should get to work we've all seen what those things can do out there so the faster we get this fence up the better I want to build a fence yeah well I need a good foreman you can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break on the tractor cool duck and I will have to it I can keep an eye on your little girl here on the porch we can visit that's a good idea then I can't even see here in a row and look so what have we then here the show in a soup to know what to entdecken nope I have immer noch dieses funkgerät sprechen sie mit jedem nein was in the sassen tracker you know how to drive it you don't know I can give you a hell of a critique of the US farm bill though I'm good super der is echt strodof good I'm going to drive the tractor nein I'm the foreman lift with your back sean ja genau dieser zahn wird übrigens nicht als ja not yet I'm planning on coming back through on a fortification pass if you will we'll lock this place up good hey Lee need a hand that'd be great if you could cut those two by to length that's sure speed things up that's about the walking dead okay you need a walk up put the barrel of the gun right between the kids eyes pull the trigger you don't see things like that it's not like in the movies they don't fall like you think did you have to do it do what kill have you had to off one yet oh I had to shoot one I could shoot one maybe if it were far away I'm just glad we're getting this fence built dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there how about yours how's your family my brother and your parents are in Macon I hope oh man I hope so too maybe it's not too bad there that's probably all I need cut for now thanks super jetzt hast du sechs Bretter Sean Glückwunsch ähm ich glaube es war jetzt besser ihm das zu sagen dass wir äh einen erschossen haben weil das irgendwie also wenn vor allem dieses I had to shoot one ich musste jemanden erschießen ähm ich denke das ist eher für ihn nachzuvollziehen weil er vorher gesagt hat dass er es so schrecklich aber ich finde dass nur kleine kinder erschießen wir haben ebenso ein Mädchen erschlagen mit dem Hammer äh jetzt haben wir uns so lange aber pick up in the world bei der Gäste japan immerhin so was hast du noch zu sagen Kenny ähm was ist jetzt vor ne kann ich hier aber ich glaube ich habe nein aber ich hätte gerne Sniper und Medizinpack ähm keine kinder ähm keine Kinder dann würde ich einen liebten du weißt also was ist deine Familie's Plan zurück in Lauderdale und lass diese Scheiße ausgeschlossen werden Delfine ja Delfine ja Delfine wir waren in der Gasstation und ein Mann hat meinen Mann ich dachte dass er ihn schädelte ich war mit dem in etwa zwei Sekunden und Christ ich bin glücklich dass ich da war wir sahen wir sahen viel bevor wir auf Herschel aber wir sind eine schwierige Familie Lee nichts wird uns bis zu bis zu wie ich okay 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 Du solltest wissen, dass wenn du heute nicht mit Kenney verlassen würdest, würde ich nicht für eure Honestheit gestanden. Ich bin nicht sicher, dass ich folge. Ich bin nicht dumm. Ich habe dich in der Lüge in der Nacht über wer du mit in der Auto warst. Und ehrlich gesagt, ich überhaupt nicht möchte wissen. Wie bist du aus, Atlanta? Ich habe eine Runde und dann war ich in einer Rekke. Ich bin bis dein Junge gefunden. Also, du bist kein Schmerz für woher. Das Farm ist ein schönes Plot von Land. Wenn du mir 20 Jahre alt bist, dass ich das immer noch machen würde, dann hätte ich dir gesagt, dass du vollen Schmerz war. Es gab nie einen Plan, einen Ort zu haben. Es war in der Familie, und ich glaube, so war ich. Die Familie ist wichtig. Das ist alles, was wichtig. Du glaubst mit dem? Was erinnert? Ja. Wo ist deine Familie jetzt? Eltern, Frau, Frau, Frau? Meine Eltern sind in Macon, mit meinem Bruder. Ja. Ich hoffe, sie sind gut. Aber jetzt hast du diese kleine Mädchen zu beschäftigen. Clementine, ist es? Du hast einfach auf sie verstanden? Ja. Ich war für Hilfe in der Haus. Hm. Kann ich dir ein paar Tipps? Natürlich. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du gemacht hast. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du gemacht hast. Wir sagen, dass Dinge nicht besser werden in der Stadt. Oder sie werden schlimmer bevor sie machen. Du musst auf die Honest des Menschen, wenn du das machst. Und wenn du diese gleiche Leute fragen kannst, du wirst in der Probleme. Da kommen sie. Wo ist meine Sniper? Wo ist Clementine? Wo ist Clementine? Oh, ich weiß nicht. Dürfen, geh da hin. Bring den kleinen Ex da um. Äh, 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 äh. Ich will ihn retten. Schau's auf den kleinen. Das ist strohloof. Nein, wird er nicht. Komm schon, ich bin schon retten. Keinen Zentimeter bewegt sich das Scheiße. So, jetzt haben wir schauen, okay. Ich habe voll den Kopf weggepustet. Krasser Shit. Nein, du bist das von Tod. Tschüss. Tschüss. Get out. Get the fuck out of here. I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. You can't blame Kenny. The hell I can't. You want your back. We can kill us your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. 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 You can't help me. Okay, schauen wir mal wie es heute geht. Also mir, ich muss ehrlich sagen, das Spiel gefällt mir bisher richtig richtig gut. Das ist ziemlich geil. Hier ist ein Wichser. Der ist ziemlich, ja. Lauft, rennt um euer Leben. Ja, töte ihn. Irgendum. Schade. Ich mag den Kleinen nicht. Uh, Frau mit Waffe ist immer gut. Schön. Nicely done, Sir. Schön. 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 Schade, Lilly. Du musst diese Leute kontrollieren. Carly und Glenn einfach rausgekommen. Ich gebe keine Fliegelung. Wir sind in einer Kriegung. Sie ist nicht falsch. Sie haben ein Risiko. Ja, wir haben. Und wir haben das gehört. Wir haben es zu schade. Wir kommen zu uns. Schade. Schade. Einige von ihnen ist ein Bitten. Er war nicht Bitten. Er war nicht Bitten. Er war nicht. Wir müssen das jetzt enden. Über meine Christi. Wir werden ein bisschen Zeit erinnern. Nein. Ich spreche ihn nicht. Er ist nicht Bitten. Er ist gut. Nichts, die Leute! Wir haben das schon gesehen. Wir lassen jemanden mit einem Bisschen bleiben und wir enden alle mit einem Bisschen schütteln. Wir können ihn nicht wegwerfen, oder er schütteln. Kenny! Stopp ihn! Was machen wir mit diesem Mann? Dad, es ist nur ein Junge. Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich aufrufen. Wir haben ihn mit ihm. Mit dem blöden Ende eines Axt-Handels vielleicht, niemand will meinen Junge. Ja, bitte. Nein, Mann! Guck doch hin! Britten! Leigh, stopp das! Es schütteln ihn! Oh, ich schütteln ihn! Schütteln ihn als er zu essen ist! Dad, wir verstehen. Es ist ein großes Problem. Was, wenn es diese deine Frau war? Das niemals hätte passieren können. Sie ist nicht ein bisschen schüttelnutzer, okay? Sie sagt, ich bin in Schnee Terrorforce. Fuck you and her! Ich werde ihn töten, Kat! Nur um Duck. Leigh! Ja? Es gibt jemanden da! Es ist gerade geschlossen. Es ist schütteln. Es ist schütteln. Es ist hinter dem Schütteln. Wahrscheinlich. Hey! Ich bin nicht der Schüttel hier. Ich bin nur für meine Frau. Nein! Du bist nur der Schüttel für ein Kind. Er ist schütteln. Er ist schütteln. Sie finden die Biste. Sie werden. Sie werden. Und wenn sie so... ihn schütteln. Er ist schütteln. Er wird eine Frau. Im Fisch. Er wird eine Frau im Hintergrund auf deine Frau. Er wird schnell durch. Er wird schnell. Dann werden sie drei. Er ist ein kleiner Junge. Ich glaube, wir können esurdeilen. A kleiner Junge? Er wird das nicht kontrolliert. Er wird nicht das vor. Das ist, wenn wir ihn abhauen. Jetzt kommen wir ihn heraus. No, you don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect it here too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here! Clementine, and there is one of them and there is one of them. I think that's why there is always going to happen. Get away from her, you son of a bitch! Mashing! Oh, thank you. Are you okay? Just great, thanks. Everybody down! Stay quiet! Wow! Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a richie trigger finger. That was stupid! That was... Dad! Halt doch endlich mal die Fresse! Danke! Herzattacke? What? Was he the one bitten? No! Don't be crazy! It's his heart! My pills! Um, nitroglycerin pills? Yes, we're out! We've been trying to get into the pharmacy since we got here! Please try to get in there! Behind the counter where the pills are! There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Uh, educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Damn, that'd be great. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick and I know Macon. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Okay, what do we have here? Central High-Tech State. Paper's a week old. Feels like years. So. Heard or seen anything? Nothing. Wanna step outside have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, huh. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Agreed. Okay. Okay. Let's do it. We'll do it for a moment. Jesus. I think I'm going to be sick. They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Look at the one trapped over there. Better down the nuts, huh? Oh, shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. It could be anybody, you know? They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doug. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Wie gesagt, das Spiel gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut bisher. Es macht echt viel Spaß. Es ist unglaublich spannend. Und deshalb würde ich es jetzt eigentlich auch gerne weiterspielen. Aber ich lasse das erstmal dabei stehen. Kleinen Cliffhanger hier machen. Und ich würde sagen, ich lasse euch entscheiden, ob das Spiel ein Projekt wird oder nicht. Das heißt, für alle, die sich das bis hierhin angeguckt haben, ich werde es auch nochmal in die Beschreibung beschreiben, weil viele werden wahrscheinlich nicht so lange gucken. Für alle, die sich das so lange angeguckt haben, ich danke euch herzlich. Das Spiel ist aber auch geil, muss man sagen. Wenn ihr wollt, dass sich das weiterspielen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich warte jetzt dann einfach mal so zwei Leute, drei Leute ab. Ja, ne? Und dann entscheide ich und so, ne? Ja. Aber da ich weiß, dass unter meinen Videos sowieso nicht viele Kommentare kommen werden, außer die zwei, die immer kommentieren, werde ich mich einfach nach den beiden richten. Jo. Ich würde sagen, das war es dann erstmal von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim anderen Spiel. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann auch bald wieder bei diesem Spiel. Bis dahin und tschö tschö.